Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du real bist und dass du zu uns sprechen möchtest. Jedes Wort, hinter dem du nicht stehst, das wird heute sinnlos sein. Und deswegen vertrauen wir dir. Wir vertrauen dir, Heiliger Geist, dass du an den Herzen arbeiten wirst. Denn Worte können wir schnell vergessen. Aber deine Arbeit, sie hält ewig. Und so bitte ich dich, arbeite an unseren Herzen. Und segne uns. Amen. Ich habe gestern die Predigt geschrieben. Ich saß am Schreibtisch. Und bei mir ist es im Büro so, dass hinter mir ein Sofa ist. Und Viktoria saß da mit Sophia. Und ich drehe mich um und gucke, was sie machen. Und Viktoria hat gerade Sophia gestellt. Ich drehe mich wieder um, mache wieder eine Predigt. Und dann nach einer Zeit drehe ich mich wieder um und frage Viktoria, was macht Sophia? Und ich drehe mich wieder um und frage, was macht Sophia? Sie trinkt immer noch. Und dann habe ich das Gespräch so mehr oder weniger vergessen. Und dann dachte ich, ich mache mal Pause, ich drehe mich um und gucke, das Kind ist immer noch am Essen. Und dann habe ich das Gespräch so mehr oder weniger vergessen. Und dann ist sie irgendwann eingeschlafen. Und dann ist sie irgendwann eingeschlafen. Und dann ist sie irgendwann eingeschlafen. An der Brust. Und dann nach einer Zeit höre ich, sie ist wach geworden. Und sie meckert, weil sie schon wieder trinkt, weil sie wieder an die Brust will. Und ich gucke, sie hat noch zu trinken, als ob sie zwei Tage lang nichts getrunken hätte. Und ich sehe, sie hat sich wieder an die Brust getrunken. Ich dachte mir, das ist doch verwunderlich. Und Durst ist ein Grundbedürfnis vom Menschen. Jeder von uns braucht Wasser. Besonders in der Hitze. Ich weiß nicht, ihr habt vielleicht geschaut, nächste Woche wird es wieder ordentlich heiß. Denkt daran zu trinken. Und dieses Trinken, dieser Durst, das ist das, was uns heute in der Predigt begleiten wird. Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen. Und das wird aus Johannes 4 sein. Das ist Johannes 4. Ich habe euch, ihr müsst auf uns hören, ich habe euch heute keine Folien mitgebracht. Weil es einfach so ein langer Text wird, dass wir viel zu viel rumgeklicken. Ich lese aus Johannes 4 ab dem dritten Vers. Da verließ er, damit ist Jesus gemeint, Judäa und ging wieder zurück nach Galiläa. Sein Weg führte ihn durch Samarien. Das sind erstmal die zwei Verse. Ganz normale Verse, zwei Beschreibungen, oder? Aber die Sache ist, dass... Könntest du unsere Mikrofone ganz bisschen leiser machen? Ganz bisschen leiser. Aber die Sache ist, dass die Samariter und die Juden ständig im Streit waren. Die Sache ist, dass die Judäische und Samariter immer in der Stadt sind. Das bedeutet, wenn wirklich ein strenger Jude das wäre, er würde niemals durch Samarien gehen, sondern er würde einen Umweg machen, Hauptsache, um nicht durch diese Stadt zu gehen. Aber Jesus hat es anders gemacht. Ihm war völlig egal, was man über die Samariter gedacht hat, weil er zu jeder Nation gekommen ist, zu jedem Volk. Hintergrundinformationen, warum die Samariter von den Juden so gehasst wurden, weil es früher Juden waren, die sich dann vermischt haben durch Mischehen mit anderen Religionen sozusagen. Deshalb haben die Juden gesagt, ihr habt uns verraten, unser Volk. Deshalb wurden sie gehasst. Warum existierte diese Wrage? Sie gab es aufgrund der Samariter, die Samariter waren mit anderen Leuten. Und sie waren mit anderen Leuten. Aber das wurde verabschiedet. Deswegen war es die Wrage. Wir lesen weiter. Wir lesen weiter. Erschöpft von der langen Wanderung setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Es ist eigentlich auch wieder eine ganz normale Beschreibung. Es war eine Mittagshitze. Es ist etwas ganz anderes, als wir erlebt haben. Es ist staubig. Die Kehle ist trocken. Und Jesus setzt sich einfach an diesen Brunnen. Aber Jesus setzte sich nicht einfach so dahin. 7. Kurz darauf kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Gewöhnlich ist es, dass du morgens oder abends Wasser holst, wenn es ein bisschen kühler ist. Wer kommt in der Mittagshitze, um Wasser zu schöpfen? Entweder sie hatte so einen Durst, dass sie gar nicht konnte, als um zu der Quelle zu kommen. Oder es gibt den Gedanken, wir werden uns das anschauen, dass sie nicht gesehen werden wollte oder von anderen Menschen. Oder es gibt ein anderes Предположение, vielleicht hat sie nicht von anderen Menschen weil wir sehen werden, dass sie ein sündiges Leben hatte. Weil wir sehen werden, dass sie ein sündiges Leben hatte. Aber wir merken uns, diese Frau hatte Durst. Aber wir merken uns, diese Frau hatte Durst. Und Jesus beginnt dieses Gespräch einfach so genial. Und Jesus beginnt diesen Gespräch einfach so genial. Bitte gib mir zu trinken. Damit leitet er einmal das Gespräch ein. Andererseits spricht er mit einer Samariterin. Damit verstößt er schon mal, ich sag mal, gegen eine Regel. Er spricht mit einer Sünderin. Und das noch an einem öffentlichen Platz. Ich sag mal so, was man zu der Zeit falsch machen konnte, das hat Jesus gerade getan. Er hat mit ihrem Gespräch angefangen. Jesus war die Rasse egal. Jesus war die Rasse der Frau egal. Jesus war die Rasse der Frau egal. Jesus war die soziale Stellung der Frau egal. Und Jesus waren diese Sünden der Frau oder ihre Vergangenheit auch egal. In einem bestimmten Kontext. Denn er ist gekommen, um Menschen zu retten. Und so, wir haben gesagt, er beginnt das Gespräch. Ab 8. Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas Essen zu kaufen. Ich denke nicht, dass dieses Gespräch zufällig entstand. Denn Jesus musste ein Gespräch mit dieser Frau haben. Da war etwas in dieser Frau, oder Gott wollte diese Frau erreichen. Und so, die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben, wie wir gerade gesagt haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Warum bittest du mich, dir trinken zu geben? 9. Samarianke удивилась. Du bist ein Judei, aber ich bin Samarian. Wie kannst du das fragen, ob ich mir eine Pizza zufällig entdecken? Es befindet sich alles noch auf dem physischen Bereich. Das alles passiert physisch. Wasser aus einem Brunnen. Aber Jesus sagt in 10, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereitet und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Jesus hat gesagt, wenn du sie über die Dage und die Dage zufällig entdecken, und die Dage zufällig entdecken, die Dage zufällig entdecken, du ihn selbst überrasst, und er hat dir mit dir живой воды. Jesus dreht das ganze Gespräch einfach mal um. Und indem er sagt, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereitet, oder beziehungsweise, wenn er sagt, du würdest ihm um lebendiges Wasser geben, dann sagt er, nicht ich bin in erster Linie durstig, sondern dein Durst ist wichtiger. Ich bin eigentlich gekommen, um deinen Durst zu stillen, du bist die Durstige, denn du bist die Durstige, deine Seele ist am Verdursten, denn deine Seele ist am Verdursten, das ist der Heilige Geist, den er geben möchte. Der Heilige Geist ist der, der unsere Seele stillen kann, unseren seelischen Durst. und der Heilige Geist ist der Heilige Geist, der unsere Seele Jesus spricht die ganze Zeit über ihre Seele. Aber sie sagt, aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Ich dachte mir, Jesus, wie viel Geduld hast du doch manchmal mit uns, oder? Ich denke, oi, Gott, wie viel Geduld hast du mit uns, mit uns. Jesus spricht gerade über ihre Seele, über ihre Rettung, über das, was er ihr kostenlos schenken möchte. Und sie denkt, wo ist der Eimer? Jesus. Wir sind es gewohnt, so sehr auf das Materielle zu schauen und darüber nachzudenken. woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Aber das Interessante ist, dass sie ihn mit Herr anspricht. Irgendwie merkt sie, hinter diesem Mann steht etwas. Sie hat auf einmal Respekt. Und wir lesen weiter. Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Das Schöne ist, dass wenn man sich die griechische Satzkonstruktion anschaut, dann ist es so eine Frage, wo du eigentlich automatisch mit Nein antworten musst. Die Sache ist, Jesus ist aber größer. Es steht in dem, dass Jesus ist größer. Jesus, Ach, Jesus, sage ich schon, Jakob hat einen guten Job gemacht. Er hat diesen Brunnen gegraben. Jakob совершил эту работу. Er hat ihn aber in der Erde gegraben. Но он выkopel его в земле. Das, was die Menschen konnten, sie konnten Leben nehmen für ihr menschliches Leben, für diesen Lebenabschnitt. Und was passiert, die Menschen konnten für ihre Leben nehmen, sie konnten leben nehmen. sie konnten nur Wasser trinken, was bis zum Tod reicht. Jesus bietet ihr aber gerade eine andere Quelle an. Eine himmlische Quelle. Der Heilige Geist, der vom Himmel gekommen ist. Wasser vom Himmel. Wir lesen gleich weiter. Hier spricht er über die Ewigkeit. Jesus erwiderte 13, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer nicht versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Jesus antwetel, wer pjot diese Wod, der wieder will pjot pjot. Der Brun Jakob, wie wir gesagt haben, deckt nur den fleischlichen Durst. Das ist, wir повторяемся, dass Koldez, den Jakob und Wod die Wod aufgetan und physische Teele. Aber nur Jesus ist gekommen, um unsere Seele zu stillen. Aber Jesus kam, um unsere Seele stillen. Er hat diese Quelle aufgetan und diese Quelle fließt bis ins ewige Leben. Und dann sagt sie, bitte her, sagte die Frau, gib mir von diesem Wasser, denn werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Wie viel hat sie verstanden? Noch nichts, oder? Sie dachte sich, okay, dann brauche ich gar nicht mehr in der Mittagshitze zu kommen, ist auch ganz gut, Jesus, gib mir das Wasser. Ich finde es so schön, dass Jesus sich Zeit nimmt und mit dieser Frau spricht. Stück für Stück geht er näher an ihr Herz heran. Ich finde, daran sehen wir so sehr seine Geduld und seine Liebe zu uns. Aber er kommt jetzt zu dem Punkt, er sagt, ich möchte dir das ewige Leben schenken, ich möchte dir Vergebung schenken, ich möchte dir Erneuerung schenken, ich möchte einfach, dass sich dein Leben verändert, und er sagt, Geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher, sagte Jesus zu ihr. Jesus wusste, was an ihrem Leben war. Er fordert sie auf geh, ruf und komm hierher. Sie sagt, ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau und Jesus sagte, das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammen lebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. diese Frau? Warum hatte sie fünf Männer? Und den, den sie jetzt hatte, der war nicht der Richtige. Also nicht ehelich. Die Sache ist, sie hatte den Durst nach Liebe. Den Durst nach Anerkennung. Oder dass sie jemanden schießt. Und wie wollte er sie diesen Durst stillen, mit Hilfe von Liebe, von Männern? Hier sieht die Frau, dass Jesus ein Prophet ist. Und ich habe über dieses Thema oder über diesen Text nachgedacht und ich dachte mir, was braucht der Mensch eigentlich? Kannst du bitte die Pyramide zeigen? Als Folie? Ein weiter? Ich weiß, ihr könnt es nicht lesen, es ist sehr klein, aber ich werde ganz kurz darauf eingehen. Ich habe das einfach aus der Psychologie genommen. Ich habe das aus der Psychologie genommen. Und hier heißt es, die erste Stufe, das Allerwichtigste, was der Mensch braucht, sind physiologische Grundbedürfnisse, also Hunger, Durst, Kleidung. Und das erste, was der Mensch braucht, in dem man braucht, ist natürlich physische, его Nutzung, oder etwas, wo er leben kann. Oder das, wo er leben kann. Das zweite nennt sich Sicherheit. Wir brauchen Stabilität oder Schutz. Oder Ordnung. Das heißt, ein Mensch hat Angst davor, in Chaos zu leben. Ich meine, jeder von uns möchte am besten einen festen Wohnort, einen guten Job, wo man weiß, das wird auch langfristig reichen. Ich mache es kurz. Das dritte ist Zugehörigkeit und Liebe. Wir möchten dazugehören, zu einer Familie, zu einer Gemeinde, zu was weiß ich was. Das vierte ist Wertschätzung. Wir möchten, dass jemand uns wertschätzt, dass jemand, also es geht auch teilweise zu Liebe. Und das allerletzte oben ist, das nennt sich Selbstverwirklichung. Und das letzte ist, das ist eine Selbstverwirklichung. Beziehungsweise, ich möchte etwas aus meinem Leben machen. Ich möchte etwas machen, was auch für andere etwas Gutes ist. Und als ich mir das Ganze so angeschaut habe, dachte ich mir, die Frau kam zu der Quelle und wollte Wasser. Das war Durst. Wasser hätte ihr keine Sicherheit gegeben. Und auch keine Liebe und Wertschätzung, das ist klar. Aber Jesus kommt zu ihrer Seele und er möchte ihrer Seele ein ewiges Leben schenken, Sicherheit. Aber Jesus kommt zu ihrer Seele und er möchte ihr zeigen, was wahre Liebe heißt. Er möchte ihr zeigen, dass sie etwas wert ist. Dort, wo sie mittags kommt, damit sie keiner sieht. Weil sie Angst hat, was Leute über sie denken. Und sogar die Kommentatoren sagen, dass sie gar nicht zur nächsten Quelle ging, sondern noch weiter, damit man sie nicht erkennt. Jesus berührt alle Aspekte ihrer Seele. Viele Dinge, die wir tun, tun wir nur, damit es unserer Seele besser geht. Viele Dinge brauchen wir gar nicht zu kaufen, aber sie tun unserer Seele kurzzeitig gut. So viel passiert auf der Basis unserer Seele. Schaut euch die Werbung an. Посмотрите Werbung, die man zum Beispiel im Fernsehen sieht. Du siehst Süßigkeiten, also die Werbung ist für Süßigkeiten. Du siehst, допустим, Slaности, wenn es eine Reklame an Slaности gibt. Und die Familie freut sich, als ob es das Beste der Welt ist. Und die Familie hat sich, als ob es das Beste der Welt ist. Als ob genau das Glück bringt. Und der Mensch kauft. Nicht, weil er die Süßigkeiten möchte, sondern weil seine Seele Frieden möchte. Aber genau dafür ist Jesus gekommen. Und dafür mache ich gerade Werbung. Er ist der, der unsere Seele wieder gesund macht. Ich möchte mit euch noch ein paar kleine Verse lesen. Sie reden ganz kurz über Anbetung, das überspringen wir. Wir lesen noch die Verse 25 und 26. Die Frau sagte, ich weiß, dass der Messias kommen wird. Der, den man den Christus nennt, wenn er kommen wird, wird er uns alle diese Dinge erklären. Erstmal 25. Sie redet die ganze Zeit mit dem Christus selbst, mit dem Messias. Und Jesus kommt immer näher und näher. Er zeigt ihr, dass er ihr ganzes Leben kennt. Ich denke, Jesus hat sich dann so richtig offenbart, Vers 26. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. Jesus hat sich selten so klar und so eindeutig offenbart. Er hat sich nicht so oft gesagt, wie er hier konkret gesagt hat, er ist der, der mit dir kommt. Diese Frau war sich vielleicht nicht sicher. Vielleicht lag es auch daran, dass sie nicht so gute Beziehungen zu Männern hatte, ich weiß es nicht. Aber Jesus sagt ihr, ich bin der, der deine Seele heilen möchte. Und das Gute ist, irgendwann kommen die Jünger zurück. Diese Frau lässt diesen Eimer, mit dem sie gekommen ist, sie lässt ihn stehen und läuft in die Stadt. Und sie sagt, es kann sein, dass ich den Christus getroffen habe. Guckt und schaut mal. Die Frau, die Angst hatte vor Menschen, die Sünderin, evangelisiert gerade. Und sie läuft unter die Menschen. Sie biegt und находится zwischen Menschen. Ich springe noch mal ein bisschen. Und in 42 heißt es, zu der Frau sagten sie, nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. 42 Stich. Menschen kamen durch sie zum Glauben. Durch diese Sünderin, wie man dachte. Christus kam zu ihr und sagte, ich bin es. Und das spricht Christus zu unseren Seelen. Ich bin es, der dir wahren Frieden schenkt. Und er sagt auch zu unserer Sünderin. Er sagt, ich bin wirklich der, der dir Frieden und Frieden und Frieden in ihrer Sünderin. Manchmal versuchen wir, aus der menschlichen Quelle Jakobs, ich sag mal, etwas zu trinken, um unsere Seele zur Ruhe zu kriegen, aber das funktioniert nicht. Wie oft wollen wir physisch unsere Sünderin aus dem Brunnen der Erde und wir versuchen mehr und mehr zu trinken, aber je mehr wir trinken, desto durstiger werden wir. Und wir beginnen zu pieten, 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 aber je mehr wir pieren, je mehr wir pieren, wir pieren, weil unser Inneres von Gott gegeben ist. Weil unser Inneres dazu da ist, um in Kontakt mit Gott zu kommen. Weil unser Inneres und erst wenn dieser Kontakt entsteht, wenn das Himmlische in uns hineinkommt, dann beruhigt sich unsere Seele und dann успокаiert unsere Seele. Weil der Herr wirklich jetzt der Herr unserer Seele ist. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, die ich mir gestellt habe, was möchte unsere Seele eigentlich manchmal? Was, wonach ruft sie? Ich hatte vor ein paar Tagen irgendwie so das Gefühl, dass meine Seele unruhig war. Es ist so ein unschönes Gefühl. Aber dann kam ich in die Gegenwart Gottes und ich kam wieder anders heraus. Erst in der Gegenwart Gottes beruhigt sich unsere Seele. Das ist der Ort der Ewigkeit. Das ist genau, wenn wir in die Gegenwart, wenn wir ins Gebet kommen, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, dann merken wir, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Das ist das Gleiche, als wir zu beenden und zu beenden und zu beenden und zu beenden Gott ist gut. Und er möchte, dass wir wie Sophia trinken, dass wir so in seine Gegenwart kommen. Dort wird unsere Seele gesund. Und deswegen möchte ich einfach, dass wir beten. Denn alles entsteht aus unserer Seele heraus, aus dem, was wir innerlich fühlen. Jesus, ich bitte dich, segne uns. Denn das, was wir erlebt haben, das hat uns geformt. Manchmal hat es uns auch verletzt. Vielleicht wurde auch etwas zerstört. Manchmal waren wir vielleicht auf der Suche nach Anerkennung, nach Liebe. Aber wir haben an den falschen Orten gesucht. Aber wir haben an den falschen Orten gesucht. So bitte ich dich, Jesus, dass du uns zeigst, dass du es bist, der unsere Seele wieder gesund macht. Dass diesen Durst nur du stillen kannst. Jesus, du hast diese Frau verändert. Sie war eine Sünderin, sie wurde zur Evangelistin. Jesus, wir möchten diese Veränderung auch in unserem Herzen täglich spüren. Denn diese Veränderung ist etwas, was bis zum Lebensende reicht. Jesus, segne uns. schenke uns Frieden und dass wir einfach nur wissen, dass wir in dir Anerkennung finden. Dass bedingungslose Liebe nur in dir vorhanden ist. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für das Kreuz. Dass du für uns gestorben und du auch verstanden bist. Damit wir das ewige Leben haben dürfen. Jesus, segne uns. Amen.